Willkommen Leute zu einer neuen Folge der FCI Karriere. Heute beginnen wir mit dem Viertelfinal Hinspiel in der Champions League gegen Atletico Madrid. In der letzten Folge haben wir uns durch ein wirklich dramatisches Rückspiel überhaupt erst in die Position gebracht, hier im Viertelfinale zu starten. Also ja, das war wirklich brutal, das Spiel in der letzten Folge. Ja, 4 zu 4 und im Elfmeterschießen dann gegen Real gewonnen. Und ja, jetzt steht Atletico an. Die haben mit Jan Oblak den vermutlich besten Torwart im Tor, den man haben kann, wenn man die Champions League gewinnen will. Ja, das wird jetzt wirklich nicht einfach. Aber ja, wir werden versuchen hier eine gute Ausgangsposition uns fürs Rückspiel zu schaffen. Mal schauen, ob das funktioniert. Auf ins Spiel. So, jetzt vielleicht die erste Chance für uns mit Alexander Braun. Der spielt die Flanke, aber die wird von Lodi noch geblockt zum Eckball. Der Ball kommt jetzt rein auf Bravo Castro. Ohr und den Kopfball kann Oblak dann parieren. Das war die erste richtig, richtig gute Chance hier auf 1-0 zu stellen. Aber ja, der Topkeeper Oblak verhindert hier noch die Führung für uns. Die nächste Chance für uns. Boah, du, setz dich da schön durch. Boah, du, und dann ist der Ball nicht drin. Oh mein Gott, also das muss es sein. Da ist das lange Eck vollkommen offen und der geht dann knapp über die Latte. Boah, das wäre die perfekte Chance hier aufs 1-0 gewesen. Jetzt die nächste Chance für uns. Braun wieder mit der Flanke, aber die Flanke findet wird's nicht wirklich. Ja, jetzt sind es hier noch knapp fünf Minuten bis Halbzeitpause. Also viel passiert ist hier nicht in diesem Spiel, muss man sagen. Jetzt kommt hier aber vielleicht auch mal Atletico. Aber nee, oh doch, der Ball ist doch gut. Ich dachte schon, der Ball wäre zu lang. Oh, jetzt kommt wieder an Hernandez vorbei. Aber jetzt aufpassen, jetzt haut der Ball dann doch weg. Aber es gibt Ecke, da hätte bloß einer hingehen müssen, dann hätte man die Ecke noch verhindern können. Kommt jetzt rein, aber gut, die ist wirklich nicht gut geschossen. Da gehen wir den Ball aber so leichtfertig wieder her und dann ist es das 1-0. Also das ist einfach nur dumm. Da spielt er einem zwei Meter den Ball in die Füße, dass er den Ball nicht mehr annehmen kann. Ja, und dann verlieren wir den Ball natürlich. Und die machen hier das Tor. Da sollte der Pass eigentlich auf den kommen, der was dann an ihm vorbeiläuft nach hinten. Und dann spielt er dem Gegenspieler in die Füße und dann bedankt sich Atletico für diese Dummheit. Und die machen hier das 1-0. Ja, das sieht wirklich nicht gut aus für uns. Ja, also wir hatten die Chance hier in Führung zu gehen und gehen jetzt hier so dumm in Rückstand. Also, ja, da weiß ich echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, jetzt ist Pause. Mit dem 0-1 geht es jetzt auch in die Pause. Also wir können kurz auf die Statistik schauen. Ja, Atletico hatte noch eine Chance. Wir hatten auch zwei Schüsse. Davon ging der eine dann drüber. Ja, mal schauen, ob wir jetzt hier im zweiten Durchgang hier zumindest den Ausgleich machen können. Jetzt vielleicht die Chance für uns. Boah, du aufwiert, aber dann ist da Oblak. Oh Mann, das wäre wieder eine gute Chance für uns gewesen, hier in Führung zu gehen. Jetzt die Ecke auf Bravo Castro, aber Oblak kommt raus und fängt den Ball ab. Wir bleiben hier aber in Ballbesitz um Gottes Willen. Also unsere Pässe teilweise heute sind wirklich nicht gut. Schon wieder so ein ganz dummer Ballverlust in einer Position, wo wir, ja, da hätte auf jeden Fall was draus werden können. So, jetzt holen wir uns aber den Ball. Braun bedient. Boah, du, der letzte Verteidiger aussteigen. Boah, du, und schon wieder pariert Oblak. Das kann es doch nicht sein. So, jetzt die nächste Chance. Oh, da wird der Bordu ein bisschen gehalten und kommt dann da nicht zum Ball. Das hätte gefährlich werden können, weil da wäre er sehr frei gewesen. Also, man sieht schon, wir sind eigentlich die klar bessere Mannschaft hier. Also, vor allem in der zweiten Halbzeit. Atletico mit noch keiner Chance. Jetzt haben wir hier eine ungenaue Flanke. Und dann den zweiten Ball können wir uns auch nicht holen. Jetzt aber vielleicht den Zweikampf gewinnen. Nein, aber dann den Pass abgefangen. Und jetzt geht es schnell nach vorne mit Braun. Braun setzt sich durch. Passendimental ist das ein eigenes Tor von Atletico. 20 Minuten vor Schluss gleichen wir glücklich. Aber sowas von verdient aus. Also, in der zweiten Halbzeit spielen nur noch wir. Und das war jetzt auch verdient, dass wir hier dann hier zumindest mal den Ausgleich machen. Da kommt Braun durch, setzt dann schön durch. Will den Ball dann auf Bordu spielen. Der wäre, ja, ich glaube, der wäre schon rangekommen. Obwohl, vielleicht hätte... Nee, nee, also wenn der Verteidiger nicht hingeht, kommt Bordu ran und schiebt den locker ein. Deswegen, ja, der muss da rangehen, der Verteidiger. Dann, ja, es ist so oder so. Also, ob jetzt er ein Eigentor macht oder Bordu das Tor macht, am Ende ändert das vermutlich nicht viel für den Verteidiger. Aber, ja, Glück für uns. Wir sind jetzt hier zumindest wieder dran. Und jetzt, mal schauen, vielleicht kommen wir jetzt hier noch zum Siegtreffer. Ja, Bordu setzt sich da schön durch. Bordu, 2 zu 1. Spiel gedreht innerhalb von 6 Minuten. Nein, Braun war es. Braun dreht das Spiel. Ja, auch den Ausgleich hat er schon praktisch vorbereitet. Jetzt macht er hier die Führungstreffer. Ja, damit wir jetzt 2 zu 1 vorne binnen 6 Minuten. Das ist, ja, wirklich verdient, muss man sagen. Also, für die zweite Halbzeit belohnen wir uns jetzt. Oh, schau, jetzt sind es hier noch 10 Minuten. Vielleicht machen wir hier noch das 3 zu 1. Und das gibt es nicht. Atletico, die haben so viel Glück. Vom Pfosten geht der Ball dann über die Linie zum Ausgleich. Zum 2 zu 2. Mann, ey, das kann es echt nicht sein. Das ist so viel Glück. Die haben hier erst noch einen Lattentreffer aus der Distanz und dann, ja, so viel Glück. Einfach bloß der Schuss von Mulejo. Ich glaube, das ist ein 6er oder sowas ist der bei denen. Ja, da wird gleich Atletico hier aus, was so unverdient ist. Die hatten bis auf diese 2-Aluminium-Treffer wirklich keine Chancen im zweiten Durchgang. So, jetzt wir mit Blondeau. Aber die stehen natürlich, typisch Atletico, ziemlich dicht hinten jetzt. Aber, boah, du und dann ist da Oblak. Also, wenn die einen normalen Keeper drin hätten und nicht einen Oblak, dann würden die hier vermutlich 5-2 hinten liegen gegen uns. Also, das kann echt nicht sein, dass Oblak da einfach denen so den Hintern rettet. Oh, jetzt kommt hier Atletico nochmal. Jetzt hier aufpassen. Jawohl, ja, jetzt ist das Spiel eigentlich aus. Ja, jetzt ist es aus. Damit spielen wir 2 zu 2. Also, das Spiel hätten wir echt gewinnen müssen. Also, wirklich. Ja, das ist einfach nur mangelnde Chancenverwertung, die uns hier fehlt. Ja, wir waren klar besser. Atletico schießt zweimal aufs Tor. Zweimal ist der Ball dann auch drinnen. Ja, das ist halt wirklich einfach nur unverdient. So, jetzt steht das Spiel gegen Union Berlin in der Liga an. Da darf die B-Elf spielen, weil das jetzt genau zwischen den Atletico-Spielen ist. Deswegen, ja, lassen wir die B-Elf ran. Mal schauen, was das wird. Ein 1 zu 0 Sieg. Verdammt, verdammt wichtig. Ja, wir waren auch die klar bessere Mannschaft. Ja, gewinnen dann auswärts gegen Union stark. So, jetzt sind wir angekommen beim Rückspiel gegen Atletico. Ja, wir werden wieder mit der ersten Elf spielen mit einer kleinen Änderung. Man sieht schon, Kamerad, der wurde ja eingewechselt. Hat auch das entscheidende Tor gemacht gegen Union. Deswegen müssen wir den wieder rausnehmen. Der, ja, dafür wird Thalhammer spielen. Der Rest sieht ganz okay aus. Bordeaux leicht angeschlagen, aber das sollte reichen. Dann lasse ich auch lieber ihn spielen, statt den fitten Eck an der Jensa. Ja, bei Atletico auch ein paar kleine Änderungen. Lorente rückt in die Mitte. Dafür geht Olmo auf den Flügel. Und Felix statt Mbolo, glaube ich, im Sturm. Ja, also auch bei denen kleine Änderungen. Aber ja, das sollten wir eigentlich schaffen. Also, wir müssen einfach nur so wie im Hinspiel spielen, wie gerade eben und unsere Chancen nutzen. Das ist, also wenn wir das schaffen, dann sollten wir das auch locker gegen Atletico schaffen. Ja, mal schauen, wie jetzt das Rückspiel ausgeht. Ja, wir brauchen unbedingt einen Sieg oder ein 3 zu 3 oder ein höheres Unentschieden. Und da sind wir auch schon im, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt das nochmal, das Stadion, genau, im Stadion Metropolitano. Genau, so ist ja das neue Stadion von Atletico. Ja, da sind wir jetzt zum Rückspiel im Champions League Viertelfinale. Ja, wir waren immerhin spielte, bessere Mannschaft. Haben, ja, sind an Oblak und unserer Chancenverwertung gestolpert. Und der Bordeaux hätte ja ziemlich früh schon, nach, glaube ich, einer Viertelstunde, die 1-0-Führung machen können. Und ja, deswegen, wir müssen jetzt einfach unsere Chancen besser nutzen. Vielleicht noch ein bisschen besser verteidigen und nicht so jetzt wie hier aufpassen. Gibt jetzt hier gleich mal Ecke nach nicht einmal vier Minuten. Ja, ein bisschen besser verteidigen vielleicht noch. Und dann sollten wir das hier eigentlich locker schaffen. Boah, da kam jetzt der Ball aber zum Glück nochmal geklärt von einem unserer Spieler. Jetzt die nächste Ecke. Die kommt aber ziemlich nah auf LaFont. Und der hat dann den Ball, aber der Ball kommt dann wieder zu einem Atletico-Spieler. Jetzt aufpassen. Aufpassen. Pass kommt in die Mitte durch und die machen das 1-0. Das ist doch ein absoluter Witz. Wie kann der Ball da durchkommen? Ja, Lorente, der spielt heute in der Mitte. Dafür Olmo auf dem Flügel. Ja, der macht hier das 1-0 gleich mal in seiner neuen Rolle. Jetzt will ich mir die Wiederholung nochmal anschauen. Wie zum Fuck kann der Ball da durchkommen? Ja, also das kann es echt nicht sein, dass der Ball da so durchkommt. Dass auch Lorente da so frei durchkommen kann in der Mitte. Also das ist wirklich ein Witz. Ja, aber naja. Atletico jetzt 1-0 vorne. Jetzt müssen wir uns hier nur noch umso mehr anstrengen. Und ja, die Pässe, die waren auch schon im Hinspiel. Ja, das war sonst vielleicht auch mehr Tore, was da im Weg stand. Jetzt kommen wir hier aber mit Bordu in die Mitte. Auf Witz und der macht hier den Ausgleich. Zwölfte Minute. Da wird jetzt hier wieder alles offen. Aber wir bräuchten weiterhin ein Tor. Und 1-1 würde Stand jetzt Atletico zum Weiterkommen reichen. Ja, Bordu kommt da ran. Und dann ja, steht Witz vollkommen frei in der Mitte. Und lässt sich die Chance nicht nehmen zum 1-zu-1. Also die nächste Chance vielleicht für uns. Mit Blondeau, der nochmal in die Mitte. Dann legt da Bordu nochmal ab. Aber dann, ja, vertändeln wir dann den Ball da in der Mitte. Aber setzen hier schön nach. Der Pass in die Mitte. Nochmal abgelegt auf Witz. Aber den Schuss kann dann Oblak sogar mit dem Fuß einfach nur stoppen. Der war wirklich nicht gut. Jetzt setzen wir sie hier schön unter Druck. Aber dann können sie sich mit einem dummen, langen Ball befreien. Diaby spielt in die Mitte. Aber abgefangen von Tomori. Und jetzt wir mit Bordu. Bordu muss dann in die Mitte ziehen. Passt in die Mitte. Aber dann, ja, kommt da Witz nicht mehr rechtzeitig in die Mitte. Und es bleibt hier beim 1-zu-1. Jetzt vielleicht die nächste Chance für uns. Bordu, Sita, Witz schön in die Lücke rein starten. Witz und der macht das 2-zu-1. Dieses Mal keine Chance für Oblak, da irgendwas zu parieren. 36. Minute Spiel ist gedreht. Ja, im Hinspiel noch Alexander Braun mit einer richtig starken Leistung. Jetzt hier im Rückspiel Florian Wirz, der hier das Hefte in die Hand nimmt. Und ja, jetzt hier schon seinen Doppelpack macht. Und ja, damit sind wir jetzt hier vorne. Und jetzt muss Atletico kommen. Bin mal gespannt, wie die jetzt auf diesen Rückstand reagieren. Aber wir werden die jetzt hier auf jeden Fall nicht einfach machen. Und die jetzt hier versuchen, ein bisschen unter Druck zu setzen. Und hier, wenn es geht, natürlich auf 3-1 zu erhöhen. Jetzt kommt hier aber erst mal Atletico. So, aber da hatten wir fast den Ball. So, die kommen hier aber erst mal nicht durch. Und dann haben wir den Ball. Da kommt Bravo Castro ziemlich weit nach vorne und holt sich den Ball. Und jetzt, ja, immer noch Bravo Castro. So, der spielt jetzt mal ab, damit er nach hinten laufen kann. Und jetzt Bordeaux auf Wirz. Der kommt sogar an Wirzbehälter. Den Ball legt nochmal ab. Und dann, ja, dann steht da der Verteidiger ziemlich gut bei Blondon. Lässt ihn da nicht zum Schuss kommen. Und jetzt ist Pause. Ja, damit gehen wir mit dem 2-1 in die Pause. Was, ja, ich würde jetzt auch mal sagen, relativ verdient ist. Ich habe jetzt nicht so einen Überblick, wie es war. Aber, ja, wir waren schon die etwas aktivere Mannschaft vor dem Tor. Atletico zweimal geschossen. Zweimal ging der Ball ja nicht mal aufs Tor. Ja, so kann das gerne weitergehen im zweiten Durchgang. So, jetzt die nächste Chance für uns mit Blondon. Der legt nochmal ab. Der hätte ich schießen sollen. Der hätte ich einfach mal auf gut Glück schießen sollen mit Blondon. So, jetzt den Einwurf. So, jetzt mal gewartet, bis da wer kommt. Und dann geben wir dumm den Ball da wieder her. Ja, also, wenn wir das hier noch hergeben, dann liegt das wirklich an unserer eigenen Dummheit. Jetzt hier aufpassen. Jetzt kommt hier Atletico mit Diaby über die linke Seite. Aber Gwenduzzi macht das dann da stark gegen seinen Landsmann. Holt dann da, oder Diaby holt den Eckball raus, nicht Gwenduzzi. Hier, jetzt kommt Pogba für Lorente. Alles klar. Also, wenn die noch so auf der Bank haben, will ich gar nicht wissen. Jetzt Blondon mit dem langen Ball. Da bekommt der Verteidiger leider noch sein Bein dazwischen. Das hätte echt gefährlich werden können. Und jetzt Atletico aufpassen. Und die machen hier das 2 zu 2. Da sieht man wirklich im ganzen Spiel nichts von denen. Und dann kommt da Giao Felix und macht hier das 2 zu 2. Ja, ja, damit stand jetzt wieder alles offen. Ja, da ist ja auch vollkommen frei, muss man sagen. Und ja, dreht sich da um den Verteidiger und macht dann das Tor. Ja. Super. Jetzt ist hier wieder alles offen. Also, das könnte noch lustig werden. Jetzt kommt hier wieder Atletico. Und, oh, wenn der Schuss reingegangen wäre, also, dann wäre ich jetzt so richtig wütend geworden. Da decken wir den so, stören den sogar noch von hinten. Und dann, wenn du sie wirklich hau, den Tritt einfach gegen den Ball und hau ihn einfach auf der Seite ins Aus. Aber nein, der schaut dem Ball da einfach zu. Also, da wäre ich echt sauer gewesen, wenn der Ball dann reingegangen wäre. Und jetzt vielleicht die nächste Chance für uns. Braun nochmal in die Mitte. So. Jetzt muss ich warten, bis Wirt sich da freiläuft. Dann wird der Ball geblockt. Wirt kommt aber nochmal ran. Oh mein Gott. Und dann blockt ihn da der Verteidiger. Wenn der da rankommt, der wird, dann steht es hier vermutlich 3 zu 2. Jetzt kommt hier aber nochmal Atletico. Jetzt kombinieren sie sich hier schön nach vorne. Langer Ball nach vorne. Und ja, den Schuss natürlich kein Problem für unseren Keeper. So, und jetzt versuchen wir es hier schnell zu machen, damit die hier da hinten vielleicht ein bisschen unsortiert stehen. Jetzt kommt da Braun. Braun mit der Flanke. Und dann ist da am langen Pfosten einer. Und das ist natürlich Wirt, der sein Headtrick zum 3 zu 2 macht. Braun mit dem super Antrin. Und ja, dann der Verteidiger mit der Nummer 5 kommt da zum Glück nicht mehr mit dem Fuß ran. Und jetzt machen wir dann das 3 zu 2. Und jetzt bräuchte Atletico sogar zwei Tore. Da wer sie ausgleichen sollten, 3 zu 3 wird ihnen nicht helfen. Mit dem 3 zu 3 wären wir weiter aufgrund der Auswärtstorregel. Aber Atletico, die machen hier Druck nach vorne. Die haben hier Bock auf das nächste Tor. So, jetzt können wir uns hier aber befreien. Und jetzt ist da hier viel zu viel Platz und Blondeau. Der hat, ich bin den Pass auf ihn eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Ein bisschen steiler und in die Tiefe. Aber ja, verlieren dann den Ball jetzt sind sie noch 5 Minuten. Ja, also ich denke nicht, dass Atletico hier noch zwei Tore macht. Ich denke, dass wir das irgendwie über die Zeit bekommen sollten. So, jawohl. Jetzt holen wir uns hier den Ball auf den Flügel. Und jetzt nochmal in die andere Richtung. Und dann sollte es das eigentlich auch sein. Jetzt nochmal Bordou. Bordou bricht nochmal ab. Legt nochmal ab. Dann bleiben wir hier sogar noch in Ballbesitz. Wenn du sie probierst. Und dann ist es jetzt aus. Oder? Oder? Ja, doch müsste aus sein. Nein, es läuft sogar noch weiter. Gab sogar jetzt nochmal einen Wechsel. Nachspielzeit ist eigentlich schon aus. Die stellen sogar um. Bringen einen Stürmer für einen Rechtsverteidiger. Aber jetzt ist es aus. Keine Ahnung, warum er überhaupt nochmal eingepfiffen hat. Ja, es ist aus. Damit stehen wir im Halbfinale der Champions League durch den Hattrick von Florian Wirz. Ja, also man muss sagen, nach Hin- und Rückspiel ist das wirklich definitiv verdient. Wir waren auch heute wieder ein bisschen, ja, eigentlich heute war es ziemlich ausgeglichen, muss man sagen. Aber einfach durch die Hinspielleistung alleine waren wir schon, ja, mehr als verdient hier weiter. Und ja, also wir sind wirklich verdient weiter und stehen jetzt im Halbfinale. So, und unser Gegner fürs Halbfinale ist auch schon ausgelost. Es geht gegen den AC Mailand. Und das ist ein relativ einfacher Gegner, muss man sagen. Denn ich habe mir gerade eben schon die Mannschaft angeschaut hier im Transfers-Tab. Da kann man ja nach den Mannschaften suchen, wenn man hier will. Und da ist es so, die haben nur zwei Spieler über 90, Tonali und Donnarumma natürlich. Und sonst haben die, glaube ich, nur noch drei oder vier Spieler, bei denen überhaupt die Gesamtstärke angezeigt wurden. Und einer davon war Andre Gomez mit einer 79er-Gesamtstärke. Also die haben wirklich keine so gute Mannschaft. Und die sind eigentlich bloß da, weil der Ding der Donnarumma die in der Simulation so, die so gecarried hat. Aber sonst wären die halt nie im Leben so weit gekommen. Also die haben wirklich keine allzu starke Mannschaft, muss man sagen. Und ich habe mir dann auch Folgendes überlegt. Wir werden das Halbfinale gegen Atletico, äh, gegen, hier, gegen Atletico, gegen Leipzig in der nächsten Folge spielen. Dann das Hinspiel gegen AC Mailand simulieren. Und dann das Rückspiel gegen AC Mailand selbst spielen. Und dann vor hoffentlich den zwei Pokalfinals die Folge beenden. Aber, ja, deswegen, wir werden jetzt noch zwei Spiele in dieser Folge mitnehmen. Und dann werden wir die Folge auch schon beenden. Weil ich denke echt, dass gegen Atletico sollte das, äh, gegen AC Mailand sollte das in der Simulation wirklich nicht allzu schwierig werden. So, jetzt steht aber erstmal das Spiel gegen den FC Bayern an in der Champions League. Äh, in der Champions League, in der Bundesliga natürlich. Ich weiß nicht, was heute los ist mit mir. Ja, es wird zwei Änderungen geben. Simmonds und Rivero Costa werden spielen, weil Braun und Guendouzi ziemlich erschöpft waren. Mal schauen, das sollte hoffentlich auch so ein Sieg werden. Ja, es wird nur ein 1-1. War ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Und das war echt blöd. Ja, Dortmund gewinnt. Wir waren bis auf zwei Punkte ran. Das sind jetzt wieder vier Punkte geworden. Also, wir hätten da wirklich, ja, gut Meter auf die machen können. So, und jetzt sind wir auch schon angekommen beim Ende der Folge. Ja, es war doch nur noch ein Spiel. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Das ist zwei Spiele sind noch in dieser Folge. Ne, es war nur noch das Spiel gegen Bayern, was wir spielen wollten. Und ja, jetzt sind wir angekommen im Halbfinale gegen Leipzig. Ja, die Fitness ist vor allem bei Wirz und Bordeaux nicht ganz gut. So gut und auch bei Tomori nicht. Ich glaube, Tomori werde ja setzen. Wird es vielleicht auch. Aber, boah, Du wirst spielen. Aber dann spätestens im Spiel danach gegen Augsburg wird eh die B-Elf spielen. Also spätestens dann können sich die Spieler eh ausruhen, damit sie gegen den AC Mailand, jetzt habe ich es richtig gesagt, ausgeruht sind. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wie die nächste Folge aussieht. Also, nächste Folge ist ziemlich wahrscheinlich die vorletzte Folge. Vielleicht sogar die letzte. Also, wenn wir gegen Leipzig ausscheiden sollten und auch gegen AC Mailand ausscheiden sollten, dann, ja, haben wir nur noch drei Ligaspiele und die brauchen wir dann auch nicht mehr spielen. Wir haben drei einfache Spiele. Ich weiß nicht, also gegen, ich würde vermutlich in beiden Spielen die A-Elf spielen lassen, weil wir dann immer eine Woche Pause hätten. Vielleicht sogar zwei Wochen, weil vielleicht ist das Spiel in der Champions League erst hier das Finale. Deswegen wird nach dem AC Mailand-Spiel zweimal die A-Elf spielen. Also, ja, könnten wir in der Liga auf jeden Fall noch aufholen. Deswegen ja vielleicht, ja, vielleicht werden wir in der letzten Folge noch das Spiel gegen Mainz mitnehmen. Erst simulieren, also in der 2D-Simulation. Und dann am Ende vielleicht auch den Meistertitel mitnehmen. Das muss ich mal schauen. Aber das haben wir in der letzten Folge eigentlich schon gesehen, wie das aussieht. Ja, das sind vier Punkte. Jetzt geht es aber Dortmund gegen Hertha. Und danach muss Dortmund, glaube ich, noch gegen Leipzig und gegen Bayern spielen. Also, die haben auf jeden Fall noch drei richtig schwere Spiele. Und wir müssen die noch spielen gegen Frankfurt. Das ist auch nicht so einfach. Also, die haben auf jeden Fall richtig starke Gegner noch. Also, die müssten nur noch gegen Leute aus den Top 6 spielen, während wir gegen Augsburg, Freiburg, Mainz und Hannover spielen müssen. Also, wirklich Platz 14 und abwärts. Also, ja, das sollten wir eigentlich, wenn es gut geht, mit vier Siegen beenden. Und Dortmund sollte zweimal hoffentlich nicht gewinnen. Dann wären wir Meister. Wenn Sie, ja wohl, dann wären wir punktgleich, außer Sie verlieren einmal. Aber wir sollten das auf jeden Fall gut schaffen. Und ja, ob wir dann in die Finals, in den zwei Wettbewerben einziehen können, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielleicht bis zu sehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.